Eberondack Mountains Die Eberondack Mountains, kurz meist, Eberondacks, sind ein Mittelgebirge im Nordosten des US-Bundesstaates New York. Der höchste Gipfel in den Eberondack Mountains, und gleichzeitig der höchste Erhebung in New York, ist Mount Marcy, 1629 Meter. Das gesamte Gebiet mit seinen rund 24.000 Quadratkilometer steht unter Schutz. Orte Der seit über 130 Jahren bestehende Naturschutz der Region hat das Wachstum von Ortschaften stark begrenzt. Die meisten Orte haben nur wenige hundert oder tausend Bewohner. Die größten Orte sind östliche Seen Diese Region liegt im Osten der Eberondacks, südlich von Platzburg südlich des Lacke-Kampleen, entlang der I-87 oder US-9. Chestertown und umliegende Siedlungen Ruinen einer ehemaligen Festung der Engländer nahe einer Brücke nach Vermont. Das Eberondack History Center Museum ist ein ehemaliges Schulgebäude, das jetzt ein regionalgeschichtliches Museum beherbergt. Einstige Bundesstadt im Essex County, Weiland eine Schiffswerft im Krieg 1812. Jetzt eine kleiner landwirtschaftlich geprägter Ort mit gut erhaltenen Gebäuden aus dem frühen 19. Jahrhundert, Galerien, Marinas und Zugang zum Camp Leen Area Trails Netz. An einem See gelegener Ferienort. Forte Kondaroga, war ein Schauplatz des Unabhängigkeitskriegs. In diesem Ort mit zahlreichen Wochenendhäusern entstand der bekannte Hölzerne Eberondackser. Hypix und Keen Valley, Kletter-, Outdoor-, und Wandererparadies. A.K.A.D.O.N.D.A.C. oder McIntyre, Geisterstadt eines ehemaligen Eisen- und Titanbergbaus nördlich von, es stehen keine zehn Häuser mehr. Uldfurch und Western Wildernisweiler in der Region Indien-Lake. Auf der Hälfte des Northern Forest Canoe Trail gelegen, Standort des Alborondack Museums. Westlicher Zugangsort zur Region durch das Mohawk Valley. Startpunkt des Northern Forest Canoe Trail. Trilix und Nordwest. Mit gedeckter Holzbrücke. Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1932 und 1980, jetzt ein charmanter und nobler Wintersportort. Als typischer Ort zur Old American City ausgezeichnet, beherbergt dieser Ort das North Country Community College und im benachbarten Weiler das Paul Smith College. Hier steht das Natural History Museum of the Adirondacks. Nahe Lake Placid ist hier der White Face Mountain und der Nours Pole, New York, Santa Themen Park. Hintergrund die Adirondacks sind einer der größten und ältesten Parks in den USA. Ihr Schutz genießt seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in New York State Verfassungsrang, und während eine Vergrößerung des Parks lediglich einer einfachen Mehrheit bedarf, muss für jede Verkleinerung, egal für welchen Grund, zum Beispiel um eine Straße zu bauen, die Verfassung geändert werden. Folglich sind die Adirondacks seit ihrer Ausrufung als Park auf fast das Doppelte gewachsen. Der Tourismus in dieser Region geht sogar noch weiter zurück als die Ausrufung des Nationalparks und begann mit der Eisenbahn. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war diese Region ein beliebtes Gebiet für die sommerfrischer reicher New Yorker und Bewohner Old Nies. Auch als Sanatorium für Tuberkulose-Infizierte wurde die Region genutzt und einige der ehemaligen Heilanstalten sind nach wie vor existent, wenn auch heute mit anderem Verwendungszweck. Als Europäer darf man nicht vergessen, dass die Adirondacks gigantisch sind und man sich sehr wohl meilenweit von jeglicher Zivilisation im Wald verirren kann. Dazu kommt, dass in dieser Gegend Bären leben, sodass ein Ausflug durchaus ein wenig Kenntnis und Planung voraussetzt. Wenn man sich diesen Aufwand jedoch macht wird man mit einer atemberaubenden Landschaft und einer der letzten unberührten Naturlandschaften der östlichen USA belohnt. Mit dem Zug M-Track bedient die Region mit dem sinnvollerweise Oberondex genannten Zug einmal täglich. Der Zug fährt von New York Penn Station nach Montreal und braucht für die ganze Strecke 10 Stunden, wobei Verspätungen, insbesondere an der Grenze, durchaus öfter vorkommen. Mit dem Flugzeug Es gibt in der Region nur einen Flughafen, der von Linienmaschinen regelmäßig angeflogen wird, in Saranaklake. Östlich der Oberondex gibt es noch den Flughafen von Burlington, Vermont, von dem man mit dem Boot in die Oberondex gelangen kann. Die nächsten Flughäfen, die von Europa aus direkt angeflogen werden können, sind der in New York City und der in Newark, New Jersey. Vom Norden, Kanada, kann man auch über Montreal anreisen. Mobilität innerhalb der Region bewegt man sich, so man nicht auf einem der Fernwanderwege unterwegs ist, mangels öffentlichem Nahverkehr am besten mit dem PKW fort. Von UTK fährt die Oberondexine Krellroth durch Old Forge nach Saranaklake und Lake Placid und kann in diesem Bereich auch dem örtlichen Transport dienen.